Und? Hast du heute was gefunden? Wo sind die Kinder? Die hab ich ins Dorf geschickt. Die bringen dem Kaufmann die Einkaufsliste. So spät noch? Ich kann, love me again. For another foolish life. Can't afford to love the soul alive. I could fall again. Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Du kannst jetzt bitte mit diesem Scheiß-Handy aufhören. Ich komm nach 6 Monaten aus Afrika zurück. Nach 6 Monaten harter Arbeit. Und du empfängst mich so. Ja, wie? Ja, keine Ahnung wie. Entschuldige, das ist Leo. Wer muss in die Werkstatt? Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Möchtest du? Die sind bei dem Meeting übrig geblieben. Ähm, Casual Monday. Du, Richard? Ich, Brigitte. Uh, danke. Ich hab keinen Hunger. Okay. Was ist das? Mh, Häppchen. Falsch. Das ist ein Kündigungsgrund. Mein Gott, das ist doch lächerlich. Wollen Sie mich an der Stelle testen? Und die Dinger werden eh Müll gelandet. Dann entsorgen Sie sie doch. Sie sollten sowieso ein bisschen weniger essen. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Du hast gehört, was ich gesagt habe.